Nein. Was anderes. Nein. Ja, das war's. Servus, Leute. Willkommen zurück zu Babes Exodus. Ich bin gerade irritiert. Ich glaube, der Sound ist zu laut. Moment, da schaue ich mal nach. Natürlich sieht man es in der Aufnahme. Ne, der Sound passt. Verstehe ich nicht, warum das Spiel dann trotzdem so laut ist. Egal. Willkommen zurück zu Babes Exodus. Man sieht hier den Status von 81 geretteten Mordakens. Ich hoffe, dass das stimmt. Wenn nicht, dann bin ich, ähm, ja, doof. Was wollte ich jetzt? Ja, ich wollte ein Sicherheitssafe machen. Ja, hier sieht man, oh, Silent Hill. Ja, ich habe in Let's Play begonnen, aber das wird wohl noch ewige Zeiten dauern. Und Spyro ist auch immer noch da. Moment, das war der da. Ich habe noch ein 1,36er. 1,30er. 1,18. 1,37. 1,30. Ich versuche mal was. Ich schaue mal nach, was der da ist. Oder besser gesagt, wo ich da war. Ich glaube, da war ich noch vor dem Nester-Niveau. Ach, ne, da bin ich ja sonst wo. Wow. Und was war der 30er? Weil ich, da ich ja, ja gut, das ist blöd gesagt, weil Quicksafe ist eigentlich das Gleiche. Aber da ich hier ja 100 Prozent haben will, muss ich alles überdenken. Okay, das ist der, der am weitesten hinten ist. Das muss ich kalkulieren. Den lasse ich am besten. 1,30. Was war denn das? Necron. Ach so. Ach so, das sehe ich ja. Ja, war jetzt doof von mir. Okay, da bin ich noch nicht in den Nester reingegangen. Da habe ich 78. Hm. Welcher war jetzt der richtige? Paramites, Paramites. Wie viel habe ich da? Beim anderen habe ich 81. Denn ich glaube nämlich, ich habe den falschen Quicksafe geladen. 78. Aha, Moment, dann weiß ich schon. Dann war der erste, den ich geladen habe, war doch richtig, weil hier bin ich vor dem Geheimnis und hier habe ich es schon gelöst. Alles klar. Perfekt. Das heißt, hier mit dem Status von 81 sollte ich jetzt alle haben. Ja, ich muss das so penibel abklappern, aber geht nicht anders. So, jetzt mache ich noch mal einen Quicksafe, nur zur Sicherheit. Den lösche ich dann. 103, 118. Ich glaube, den da lösche ich. Das sind die Minen. Da bin ich in Necron. Den kann ich eigentlich links liegen lassen, weil das ist noch ein falscher Spielstand. Da bin ich auch in Necron. Soll ich ihn jetzt überspeichern? Moment, ich habe die beiden alten, das heißt, ich überspeichere den da. Ja, mir egal, wie es heißt. So, haben wir erstmal fünf Minuten fast verschwendet für nix und wieder nix. Mhm. Aber nicht für 14. Aber muss so sein, weil ich will alles, ich will alles komplett haben. Deswegen werde ich auch immer nach den Aufnahme Sessions bei Spielfreak nachgucken, ob ich jetzt wirklich alles habe oder nicht. Ja, renn. Flexes oder Fletches, wie hieß der, hieß der, hieß der, glaube ich. Wie hießen die? Fletches. Fletches. Was weiß ich. Ich hätte nicht so eine fette Pause machen sollen. Moment, erstmal klatsche ich das weg. Sollst du das wegklatschen? Ich warte sagen. Ja, 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 ja. Die Geist dran. So. Kommt her, ihr Teile. Jetzt mache ich euch platt. Wat? Das büßt ihr. Passend noch da, verdammt. Ich muss dir aber alle loswerden, sonst habe ich null Chance. Haben wir gleich. Ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Bei der rechts sind ja auch noch zwei Paramites. Ne, einer. Verdammt. Ja, war klar. Ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Kann das sein? Ja, eigentlich wollte ich ja Metroid Prime aufnehmen, aber irgendwie habe ich jetzt mehr Bock auf Ape, weil ich glaube, dass ich mit Ape schneller fertig werden könnte. Ich schätze mal so ungefähr 20, 25 Videos werde ich noch brauchen hier in dem Spiel. Moment, jetzt bin ich glaube ich auf schon auf 25. Das heißt, ich komme in etwa auf 45 Videos. Komm her. Komm her. Komm her. Ich fress euch. Moment, du bist jetzt da. Moment. Moment. Du bist jetzt da. Das ist perfekt. Mal. Kannst du mitkommen? Kommst du mit? Und jetzt sind beide da, das ist perfekt. Jetzt haue ich da mal das Ding kaputt. Nicht warte, du sollst das klatschen. Klatsch, die Geister fallen über den Haufen. Nehme ich mein Mikro auf, wehe will nicht. Ja, ich nehme es auf. Muss das sein, weil so sehe ich die Tonspur, wie sie ausschlägt. Deswegen habe ich einfach mal kurz auf den Tisch geschlagen, in der Nähe des Mikrofons, damit man auch, ja, damit man es hört, blöd gesagt. So. Ich gehe die ganze Sache jetzt etwas langsamer an. Scheiße, Moment. Könntest du mal nach rechts gehen? Danke. Oh, da sind sie schon da. Ich dachte, die lassen mich jetzt in Ruhe. Na gut, das muss ich den ersten Akt hier schaffen. Und renn! Ne, brenn! Verdammt! Nein! Du sollst mitkommen. Hallo! Das Teil ist noch voll auf Angriffe aus. Na warte! Du verschwindest jetzt auch. Vielleicht habe ich Glück und die sehen mich nicht. Nein, ich glaube nicht dran. Hä? Rennen! Nein, sie sind da! Sie kommen! Oh, gut Glück! Ging das jetzt? Das Teil hört gar nicht auf mich. Ja gut, dann gehe ich eben so zurück. Lieber langsam und stetig, als dass ich hier fünf Videos an derselben Stelle verbrauche. Passieren, gucken wir uns noch ein bisschen die, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Musik bezeichnen kann. Hintergrundgeräusche vielmehr. So. Tschüss, Paramites! Ja, kann doch so einfach gehen, wenn man sein Hirn anstrengt, nicht wahr? Danke. So. Äh, was war denn das noch schnell? Das war, glaube ich, auch nicht so begeisternd. Oh! Eigentlich wollte ich den Linken haben, aber egal. Hm. Das 2-Drum kann ich nicht wieder nehmen. Kommt her! Ihr Mistviecher! Ja! So, sind die auch weg. Ich muss überlegen, was ich noch alles machen musste. Das ist das Problem, weil ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hat mir, Spielefreak war es, glaube ich, geschrieben, dass ich an einer Stelle verkackt hatte, weil ich eine Falle ausgelöst hatte. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Also, ich habe die Stelle jetzt gerade nicht im Kopf. Okay, da kann ich so nach oben. Ist noch irgendwo was? Warum kann ich hier so nach oben? Ist hier noch irgendwo was? Ich glaube nicht. Tschüss! Tut mir leid, ich will dich nicht töten, Paramite. Du bist süß, aber wenn ich dich da lasse, bringst du mich nur um. Okay. Ich gehe jetzt da durch, das ist kein Problem. Gehe ich nicht nach unten, aber nach oben, weil ich das Teil da wegklatsche. So, haben wir das zweite. Das dritte haben wir eben schon gesehen. Was ist da? Ich halte auch überall nach Flaschen aus, schau. Ich muss hier ein bisschen meine Klappe halten, weil ich mich... ...konzentrieren muss. Ich denke euch, der Wolf kann sich konzentrieren? Natürlich kann ich mich konzentrieren. Wenn ein Spiel darauf aufbaut, kann ich es auch. Ich kommentiere hier auch ganz anders, als wie in anderen Spielen. Vor allem kommentiere ich hier wesentlich weniger, als wie in anderen Spielen, weil ich die ganze Zeit überlege, wie ging denn das jetzt so schnell? Ich bin zum Beispiel gerade die ganze Zeit überlegen, wo diese besagte Stelle ist. Diese Falle, wo ich mit einem Paramite nach unten geflogen bin und dann sind links und rechts zwei Paramites gekommen. Aber eigentlich hätte ich damit eh drunter gemusst. War ich das schon hinter mir oder... Moment, hier war ich glaube ich noch nicht. Wenn ich den Hebel ziehe, geht dann die Tür auf oder das Teil da nach unten? Was passiert, wenn ich hier reingehe? Ich kann sie mal versuchen. Also beides! Bruch da! Nein! Ja gut, drüber springen klappt nicht. Hätte ich vielleicht dran denken sollen. Okay, wenn ich es runter ziehe, passiert beides. Das heißt, ich muss dann nach... Ich muss dann mit ziemlicher Sicherheit nach rechts laufen. Ich muss nach oben ziehen, die Falle kaputt klatschen und dann nach rechts weiter und quasi in den Kreis drehen, damit die Teile sich nach oben bewegen. Dann muss ich wieder hier hin und da aufs Teil rauf. Schauen wir mal, ob es klappt. Sie kommen! Achso! Ich kann sie einsperren! Schneller! Oh, danke! Ähm... Scheiße! Ja, ja, ich tu dir nix. Oh! Ich brauche aber noch eins. Warum frisst du mein Fleisch? Meins! Hör ja auf! Aber weil du so niedlich bist. So. Verschwinde! Du brauchst mich gar nicht so anknurren. Hm... Oh je! Wenn ich hier nach oben gehe, bringen die mich... Ja, natürlich bringen die mich um! Okay, alles klar. Das heißt, ich muss mein Fleisch nach rechts schmeißen. Also nicht Apes, sondern das Stückchen, was ich eben habe. Schmeiß mir mal schnell. So. Ja, fress dir mal genüsslich. Und ich geh weg. Aber was war da in der Tür da unten drin? Ähm... Moment. Ich möchte gucken, was in der Tür da unten war. Auch wenn ich den Dings jetzt nochmal wiederholen muss, aber es ist mir grad egal. Scheiße. Haut ab! Was ist da drin? Achso, da hinten? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Okay. Was bringt mir das? Hä? Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Einfach zum Resetten? Oder wie? Na gut. Danke oder so. Na, fress dir mal genüsslich. Na gut. Wenn das Spiel blind ist, dann kann man das auch nicht wissen. Ja, immerhin haben wir es geschafft. Guck auf die Zeit. 19 Minuten. Vielleicht geht sich noch eins aus. Schauen wir mal. Glaube ich zwar nicht so, aber... Vielleicht. So, was gibt's hier? Okay. Neue Umgebung schon wieder? Eigentlich... Oh, da hinten ist was. Moment. Gut, da hinten muss bestimmt einen Sinn haben. So. So, wenn's da. Schön vorsichtig, Paramite. So, testen wir mal. Wie springt man? So. Ah. Das war knapp. Ich will ungern einen Paramite opfern. Paramite sind süß, auch wenn ich Spinnen nicht mag. Aber das Teil ist ja eine Mischung zwischen Spinnen und was weiß ich was. Wow! Nicht so nahe, Paramite. Hallo, du sollst nach vorne gehen. Danke. Okay, beide. Moment, gut. Der obere Knopf ist es. Nein! Paramite! Oh, jetzt kommt ein neuer. Okay. Jetzt muss ich die ganze Passage ja nochmal machen. Ich habe einen Paramite getötet. Ich werde dich Arsch. Ah! Und fast hätte ich wieder einen ermordet. So. Perfekt. Ja. Geht doch. Warum nicht gleich so? Hoch, 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 hoch. Wie soll ich jetzt? Wie ist denn der Kreis? Ich komme... Ah! In dem Winter ist der Kreis. Ah! Ich tippe! Ich habe ihn vollkommen übersehen. Das Lustige war, wo ich jetzt zuerst hier entlang gegangen bin, habe ich den Kreis gesehen. Jetzt gerade nicht. Ja, ja, ja. Manchmal bin ich ein kleines bisschen blind. Ein kleines bisschen sehr blind, wenn man andere Spiele von mir kennt. Wow! Nein! Durch den Boden geglitscht! Mann! Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich durch den Boden geglitscht war, aber ich... Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt keine Lust, den Paramite oder mir die Schuhe zu geben. Also gebe ich dem Spiel die Schuhe. Muhahaha! So, Versuch Nummer 3. Das sind die Paramite-Drehlinge. Oh! Was war denn das gerade? Der Paramite ist Houdini. Er schwebt. Und kann keine Liane hochklettern. Danke. Houdini-Mite! Ne, Para-Houdini-Mite. Pfff! Nicht nochmal ziehen. Die Tür ist doch schon offen. Lalalalalalalala. So. Auf zu fressen. Was auch immer du gerade gefressen hast. Wahrscheinlich wird ein Stück Fleisch, das der Ape hingeworfen hat. Und dieses Mal intelligent sein. Danke! Ähm... Na gut. Lass mal dich da. Ich will keinen Paramite-Typen. Sollste springen? Ja, also geht doch, ey. War das jetzt so schwer? Nein, war es nicht. Und wer dir geholfen? Die Paramites. Kleinen lieblichen Tiere. So. Da oben ist das letzte Tor. Das mache ich aber im nächsten Part. Status ist immer noch 81. Und ich speichere jetzt wieder. Allerdings werde ich den anderen Speicherstand lassen. 1,40. 1,40. Ja, es ist Metal-Di-Solid. Okay. Müsste ich auch mal wieder machen. 1,60. Dann mache ich einen 1,40 weg. Das muss ich umbenennen, weil ich es kann. So. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen... Nein. 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 Warte. Ja. Würde ich sagen... Warte. Nee, ich würde sagen... Wir alle. Warte. So, endlich. Das war Apes Exodus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht. Bis gleich.